Es gibt eine Menge verschiedener Laute in der deutschen Sprache. Dazu gehören auch die Zwielaute oder Doppellaute, so etwas wie EI. In diesem Video zeige ich dir, was du darüber wissen solltest. Du kennst schon jede Menge Laute, da bin ich sicher. Du kennst die Vokale A, E, I, O, U. Dann kennst du die ganzen Konsonanten B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Und die Umlaute kennst du auch, Ä, Ü und Ö. Und jetzt kommen noch die Zwielaute dazu. Zwie kommt von zwei. Es geht also um zwei Buchstaben, die zusammen einen neuen Laut ergeben. E und I gibt I. A und U gibt Au. Die Zwielaute bestehen aus den Vokalen A, E, I, U und dem Umlaut Ä. Lasst uns Wörter mit Zwielauten, also mit Doppellauten finden. Mit I. Reise, Heim, Nein, Leiter, Neid. Mit Au. Bauen, Taufe, Raufen, Erlauben, Laut. Mit Eu. Neu, Leute, Streu, Heute, Treu. Mit A, I, also Ei, Seite, Hai, Laich, Mai, Hain. Mit Ä, U, Häuser, Bäume, Säure, Träumen, Bäuerin. Und auch mit Ui. Pfui, Quiz, Quid, Druide oder Duisburg. Manche Zwielaute klingen total gleich. Welche sind es? Ei und Ei. Aber auch Eu und Eu. Wenn Du nicht weißt, welcher Zwielaut passt, kannst Du es durch Ableiten herausfinden. Luise träumt von der großen Pause. Schreibst Du das Wort träumt mit Eu oder mit Eu? Suche dazu verwandte Wörter. Merke, Au wird oft zu Eu. Traum kommt von Träumen, also wird träumt mit Ä, U geschrieben. Übrigens, Wörter mit AI gibt es nicht viele. Lerne sie einfach auswendig. Der Hai natürlich. Und dann noch Brotlaib, also der Laib, Fischlaich, Geigenseite, Kaimauer, Kaiser, Laie, Mai, Main, Mainz, Mais, Saibling, Taifun, Taiga, Waisenkind und Ukraine. Alle anderen mit diesem Laut werden mit EI geschrieben. Zwielaute oder Doppellaute bilden also einen neuen Laut aus zwei Buchstaben. EI, EI, OI, OI, AU und UI. Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es Dir gefallen hat, dann gib uns natürlich ein Like und schreibe gerne in die Kommentare, was Du von dem Video hältst. Falls Du einen Wunsch hast, dann kannst Du ihn auch reinschreiben. Wir erstellen auch Wunschvideos. Viel Spaß beim Lernen!